Cortexi ist eine natürliche Ernährungsformel, die entwickelt wurde, um gesundes Hören zu unterstützen, das Gedächtnis zu stärken und die kognitive Leistungsfähigkeit zu verbessern. Diese Ergänzung besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen, wissenschaftlich und klinisch für seine Wirksamkeit bei der Förderung des Gehörs und der kognitiven Gesundheit nachgewiesen. Ein wesentliches Merkmal von Cortexi ist die Herstellung in FDA zugelassenen Einrichtungen in den Vereinigten Staaten, um sicherzustellen, dass das Produkt nach den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards hergestellt wird. Darüber hinaus folgt der Herstellungsprozess allen GMP, Good Manuf Acturing Practices, Richtlinien und bietet den Verbrauchern Sicherheit in Bezug auf die Qualität des Nahrungsergänzungsmittels. Aufgrund seiner natürlichen Zusammensetzung und Produktion in regulierten Anlagen minimiert Cortexi-Bedenken im Zusammenhang mit möglichen Nebenwirkungen. Die Cortexi-Ergänzung ist in flüssiger Form erhältlich und jede Flasche enthält eine ausreichende Menge für einen Monatgebrauch. Diese Präsentation erleichtert die Verwaltung und Einbindung der Ergänzung in den Alltag. Obwohl Cortexi gerade in Deutschland, Österreich und der Schweiz angekommen ist, ist es erwähnenswert, dass es noch keine Bewertungen in der Stiftung Warentest hat. Es ist jedoch wichtig hervorzuheben, dass das Produkt bereits in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen es vermarktet wird, konsolidiert ist und großartige Verbraucherbewertungen erhält. Kurzum, Cortexi bietet eine natürliche und zuverlässige Lösung für diejenigen, die ihr Gehör, Gedächtnis und ihre kognitive Funktion verbessern möchten, mit Qualitätssicherung und Sicherheit, die durch strenge Vorschriften der Vereinigten Staaten unterstützt werden. Hallo zusammen. Guten Tag. Ich bin hier für ein wichtiges Gespräch über unsere Hörgesundheit. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie grundlegend Hören in unserem Leben ist? Leider ist es ein Gefühl, dass durch die Umwelt, in der wir leben, leicht geschädigt werden kann, laute Geräusche, Schadstoffe und sogar übermäßiger Einsatz von Technologie sind häufige Ursachen für Hörverlust, insbesondere bei jungen Menschen. Es ist besorgniserregend zu sehen, dass immer mehr Menschen in jungen Jahren mit Hörproblemen konfrontiert sind und oft auf schwere und medikamentöse Behandlungen zurückgreifen. Aber was, wenn ich sage, es gibt eine natürliche und effektive Alternative? Ich spreche von Cortexi, einer revolutionären Ergänzung, die nicht nur das Gehör, sondern auch die psychische Gesundheit zu verbessern, verspricht. Cortexi ist eine sorgfältig hergestellte Formel mit Zutaten wie Traubenkern, grünem Tee, Panaxygen, Astragalus aus der Sonne und Markerwurzel, die alle für ihre antioxidativen und entzündungshemmenden Kräfte bekannt sind. Diese Komponenten schützen nicht nur unsere Ohren, sondern fördern auch eine gesunde Durchblutung, stellen die Elastizität des Trommelfells wieder her und erhöhen das Energieniveau. Am besten ist die praktische Anwendung. Nur eine tägliche Dosis am Morgen, vor dem Frühstück, direkt unter der Zunge oder in Wasser oder Saft gemischt. Die Konsistenz ist jedoch entscheidend. Für beste Ergebnisse wird eine kontinuierliche Behandlung von drei bis sechs Monaten empfohlen. Ich verlinke auf die offizielle Cortexi-Website unter diesem Video. Dort finden Sie detaillierte Informationen und können Ihren Kauf sicher tätigen, um die Authentizität des Produkts zu gewährleisten. Kurzum, Cortexi ist viel mehr als nur ein Hörgerät. Es ist eine Komplettlösung für das Hören und die psychische Gesundheit. Achten Sie darauf, Ihr Gehör natürlich und effektiv zu überprüfen und zu pflegen. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören und bis zum nächsten Mal.